Man denkt sich nichts, möchte nur seine Werbeanzeigen checken und dann sieht man, dass das Werbekonto ist gesperrt. Ein Albtraum für jeden, der bei Facebook Werbung schaltet, aber das Problem ist leider sehr bekannt. Es passiert sehr, sehr vielen Werbetreibenden, dass sie bei Facebook gesperrt werden. Und in diesem Video möchte ich dir erklären, woran das liegt und wie du so eine Sperre in der Zukunft vermeiden kannst. Außerdem möchte ich dir erklären, wie du dein Werbekonto wieder frei bekommst. Das heißt, wie du dich gegenüber Facebook verhalten solltest, um wieder entsperrt zu werden. Natürlich müssen wir bei Facebook beachten, dass verschiedene Assets gesperrt werden können. Einerseits ist es vielleicht der Business Manager oder das Werbekonto oder die Fanpage oder aber der persönliche Account. Und auch wenn du jetzt denkst, du hast dich nicht falsch verhalten und hast alles richtig gemacht, solltest du erstmal nachschauen, was denn überhaupt gesperrt ist. Und dann solltest du herausfinden, warum das gesperrt wurde. Ich weiß, es ist manchmal nicht so einfach, weil Facebook einem da leider keine Information zukommen lässt, warum man denn jetzt wirklich gesperrt wurde. Manchmal schreibt dir Facebook eine Begründung per E-Mail, wo dann drin steht, welche Richtlinie du zum Beispiel nicht beachtet hast bzw. wogegen du verstoßen hast. Und du hast die Möglichkeit, in der Kontoqualität einmal nachzuschauen, welches Asset überhaupt gesperrt wurde. Um zur Kontoqualität zu kommen, musst du einfach den Punkt im Business Manager auswählen. Das heißt, du klickst einfach auf die Menüübersicht und dann gehst du auf den Punkt Kontoqualität. Dort kannst du dann sehen, was genau gesperrt wurde. Dort hast du dann eine Erklärung, gegen welche Richtlinie du verstoßen haben sollst. Und da hast du dann auch die Möglichkeit, direkt eine Überprüfung zu beantragen. Aber vorher solltest du dich erstmal informieren, gegen was du überhaupt verstoßen hast. Und das machst du am besten, indem du dir erstmal die Werberichtlinien vernünftig durchliest. Am besten hast du das schon gemacht, bevor du überhaupt Werbung geschalten hast. Ja, also es ist ganz, ganz wichtig, dass du das vorher komplett durchliest, auch wenn es vielleicht langweilig ist. Ja, du solltest auf jeden Fall ganz genau wissen, was da drin steht, um dann nachher nicht Probleme zu bekommen. Aber wenn du jetzt hier dieses Video anschaust, dann kann es halt schon sein, dass du schon gesperrt wurdest. Ja, und für eine Sperre kann es verschiedene Gründe geben. Zum einen hast du vielleicht einfach gegen Richtlinien verstoßen. Oder du hast, ja, eine abgelehnte Zahlung, die nicht durchgegangen ist, weil vielleicht deine Kreditkarte irgendwie blockiert hat. Und du keine zweite Zahlungsmethode angegeben hast, wo das dann hätte abgebucht werden können. Es kann aber auch sein, dass der Algorithmus an sich einfach irgendwie einen Fehler gehabt hat. Ja, es passiert auch, dass du ja eigentlich alles richtig gemacht hast und der Algorithmus dich dann einfach so sperrt. Ansonsten kann es natürlich auch sein, dass du zu viele abgelehnte Werbeanzeigen hattest in deinem Werbekonto. Das heißt, die wurden wegen irgendeiner Richtlinie abgelehnt und du hast vielleicht das Ganze nicht korrigiert und die wieder so zur Freigabe geschickt. Und dann kann es natürlich auch passieren, dass dein Werbekonto gesperrt wird. Aber natürlich auch die Kundenerfahrung kann ein wichtiger Punkt sein, warum deine Fanpage zum Beispiel gesperrt wird. Ja, es kann passieren, dass du einen schlechten Feedbackscore bekommst. Und durch diesen schlechten Feedbackscore wird dann deine Fanpage gesperrt. Und das wirkt sich dann auch sehr, sehr negativ auf den Rest des Ad-Accounts aus. Und da kann es dann halt auch sehr schnell passieren, dass dann dein Werbekonto gesperrt wird oder auch dein ganzer Businessmanager. Deswegen solltest du natürlich immer schauen, dass deine Kunden immer zufrieden sind, egal ob mit der Lieferzeit oder mit der Qualität. Das ist ganz, ganz wichtig, damit du keine Probleme bekommst mit dem Feedbackscore. Aber es kann auch sein, dass du einfach bei deinen Werbeanzeigen schlechtes Feedback erhältst von Nutzern, die gegebenenfalls schon unzufrieden waren und dann deine Werbeanzeige vielleicht melden oder das Ganze verbergen. Und wenn das sehr, sehr viele Personen machen, dann kann es auch sein, dass sich das negativ auswirkt auf deinen Ad-Account und du dann auch gesperrt wirst. Ansonsten gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, dass du bereits in der Vergangenheit einen gesperrten Werbeaccount hattest, egal ob Businessmanager oder persönliches Profil. Und wenn du dann zum Beispiel mit derselben IP-Adresse und so weiter einen neuen Account erstellen würdest, dann wäre die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du wieder gesperrt wirst. Vor allem, wenn du auch dieselbe Zahlungsmethode verwendest oder dieselben Informationen, dann besteht ein hohes Risiko, dass du wieder gesperrt bist. Ja, bei Facebook gibt es aber auch ungewöhnliche Aktivitäten, die ja dafür sorgen können, dass du gesperrt wirst und das könnte zum Beispiel sein, wenn du eine gut laufende Anzeigegruppe hast und du diese dann zu stark skalierst. Das heißt, wenn du beispielsweise irgendwie 50 Euro Tagesbudget hast und das Ganze dann auf 1000 Euro hochkloppt, dann kann es halt sein, dass Facebook dich dann deswegen sperrt, weil du das Werbebudget einfach zu schnell erhöht hast. Aber auch, wenn du zu häufig Einstellungen änderst, zum Beispiel bei den Zahlungsmethoden oder zu oft am Tag an den Werbeanzeigen rumfummelst, dann kann es auch sein, dass Facebook da ungewöhnliche Aktivitäten erkennt und dich dann deswegen sperrt. Ansonsten musst du halt einfach nur aufpassen, dass du dich auch nicht an zu vielen Orten gleichzeitig anmeldest. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, heute in London, morgen auf Mallorca und dann in einer Woche in Dubai. Das könnte nämlich dann auch durch die IP-Adresse dafür sorgen, dass das als ungewöhnlich eingestuft wird. Ja, und dann passiert auch wieder dasselbe, also eine Sperre. Deswegen, da solltest du dann auch ein bisschen aufpassen, dass du da nicht an zu vielen Orten gleichzeitig angemeldet bist oder dich sehr schnell in kurzer Zeit an verschiedenen IP-Adressen anmeldest. Das könnte halt auch ein Grund für eine Sperre sein. Natürlich gibt es noch ein paar andere Punkte, die dafür sorgen könnten, aber das sind im Grunde genommen so die häufigsten Gründe. Der häufigste Grund ist eigentlich das Verstoßen gegen irgendeine Richtlinie, weil man sich vielleicht irgendwo was nicht richtig durchgelesen hat in den Richtlinien und dann verstößt man halt dagegen. Deswegen solltest du dir das auf jeden Fall vernünftig durchlesen, damit dir sowas nicht passiert. Also wenn du gesperrt wurdest, dann solltest du dir im ersten Schritt erstmal deine Werbeanzeigen anschauen und die Richtlinien gleichzeitig sehr, sehr vernünftig durchlesen. Und dann kannst du vielleicht erkennen, ob du dahingehend irgendwas falsch gemacht hast. Im nächsten Schritt würde ich dir raten, deinen Feedback-Score einmal anzuschauen. Also schau wirklich, was deine Fanpage für ein Feedback gesammelt hat, damit du das dann auch nochmal ausschließen kannst, wenn du da gutes Feedback hast. Für dich ist es einfach wichtig, das Ganze herauszufinden, warum das überhaupt passiert ist oder wo der Fehler lag, damit dir sowas in der Zukunft nicht mehr passiert. Also erstmal ist es egal in dem Moment, weil du bist ja jetzt schon gesperrt und musst das ganze Problem beheben, aber du möchtest ja nicht, dass es in der Zukunft wieder passiert. Und deswegen solltest du dich auf jeden Fall damit auseinandersetzen und ein bisschen Recherche betreiben, warum dir das passiert ist. Und das kannst du am besten, indem du dir einfach alles anschaust in deinem Business Manager und da einfach ein bisschen auf Spurensuche gehst. Der nächste Step wäre, dass du wieder auf die Seite Kontoqualität gehst und dort dann eine Überprüfung bei dem jeweiligen Asset beantragst. Da musst du ein bisschen Geduld mitbringen. Ja, das kann sein, dass es innerhalb von 24, innerhalb von 48 Stunden beantwortet wird. Manchmal dauert es aber auch ein bisschen länger. In der Regel wirst du auch bei deinem ersten Vergehen wieder entsperrt. Es kommt natürlich darauf an, wie schwerwiegend der Verstoß war, den du begangen hast. Aber in der Regel wirst du wieder entsperrt. Solltest du jetzt nicht irgendwie wiederholt etwas falsch gemacht haben, wiederholt irgendwelche Richtlinien nicht beachtet haben oder vielleicht irgendwie schon mal einen Ad-Account vorher gehabt haben mit einem anderen Facebook-Konto, dann sollte das wirklich funktionieren. Grundsätzlich solltest du aber auf jeden Fall schauen, dass du dich nicht komplett abhängig von Facebook machst. Das heißt, du solltest schauen, dass du mehrere Werbekanäle dazu schaltest, wie TikTok oder Google beispielsweise, damit deine Umsätze nicht komplett einbrechen, wenn Facebook dich sperrt. Dann müsstest du nämlich erstmal warten, bis du entsperrt bist. Und damit dir das nicht passiert, würde ich dir raten, schaue auf jeden Fall, dass du deinen Umsatz aufteilst auf mehrere Plattformen. Und dann wird dein Umsatz auch nicht komplett einbrechen, wenn du mal einen Tag oder zwei gesperrt bist. Wir haben beispielsweise alleine mit Google Ads über 1,4 Millionen Euro Umsatz generiert. Und daran kannst du erkennen, dass Facebook Ads jetzt nicht der heilige Gral ist. Aber du solltest trotzdem schauen, dass du bei Facebook Werbung schalten kannst, um auf allen Plattformen präsent zu sein, um deinen Kunden wirklich überall abholen zu können. Ja, aber was machst du, wenn Facebook dir beispielsweise schreibt, dass die Entscheidung final ist und du keine Chance mehr hast, das Konto zu entsperren? Da gibt es noch weitere Maßnahmen, die man treffen kann. Ja, diese Maßnahmen besprechen wir beispielsweise mit unseren Teilnehmern im Training, wenn so etwas passieren sollte. Da gibt es dann noch verschiedene Lösungen, die man hat. Ja, aber ich sage mal, wenn Facebook schreibt, dass die Entscheidung final ist, dann ist es wirklich sehr, sehr schwer, genau diesen Account noch frei zu bekommen. Und dann müsste man halt schauen, dass man weitere Maßnahmen trifft, damit man wieder Werbung schalten kann. Wenn du dich aber stets an die Richtlinien hältst und du auch entspannt bleibst, wenn du mal gesperrt wirst, weil das wird zu 99% passieren, ja. Wir wurden auch wirklich sehr, sehr oft gesperrt und mussten oft eine Überprüfung beantragen. Und das wird dir sehr wahrscheinlich auch passieren. Und wenn dir das passiert, dann solltest du erst mal entspannt bleiben. Du solltest eine Überprüfung beantragen. Du solltest jetzt nicht irgendwie in den Support-Chat gehen und da irgendeinen Facebook-Mitarbeiter beleidigen. Ja, aber das wird dir nichts bringen. Ja, du solltest erst mal wirklich, auch wenn dich das aufregt, auch wenn du das vielleicht in dem ersten Moment nicht verstehen kannst, solltest du erst mal ruhig bleiben. Ja, eine Überprüfung beantragen. Erst mal abwarten. Und in der Regel, wie gesagt, wenn du jetzt nicht irgendwelche wiederholten Verstöße hattest, wirst du wieder entsperrt. Ja, aber welche Vorkehrungen kannst du treffen, damit dir sowas nicht passiert? Also, du solltest auf jeden Fall schauen, wie ich schon mehrfach in diesem Video gesagt habe, lese dir die Richtlinien wirklich sorgfältig durch. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Das dauert auch nur 10, 15 Minuten. Dann kennst du die und dann weißt du auch, was du nicht machen darfst. Wenn von den ganzen Dingen, die gesperrt werden können, dein persönliches Profil gesperrt wurde, dann kannst du mit diesem persönlichen Profil keine Werbung mehr schalten. Da würde ich dir empfehlen, dass du einen zweiten Admin zu dem Business Manager hinzufügst, weil dieser kann trotzdem dann noch weiter Werbung schalten. Das heißt, wenn dein persönliches Profil gesperrt ist, du aber einen zweiten Admin hast, kann er sich dann einfach einloggen in den Business Manager und kann mit dem vorhandenen Werbekonto dann beispielsweise Werbung schalten. Deswegen empfehle ich dir, sorge dafür, dass du einen zweiten Admin hinzufügst, dass, wenn dir sowas passiert, du da auf Nummer sicher gehen kannst und dann noch eine Person hast. Vielleicht jemanden aus der Familie, ja, auf jeden Fall jemanden, dem du vertraust, weil da sind natürlich auch deine Zahlungsinformationen. Dann kann derjenige dir weiterhelfen, um dann weiter Werbung zu schalten. Ja, das sollte natürlich auch ein Profil sein, welches vertrauenswürdig ist, also am besten ein Profil, was schon länger existiert, ja, mit einer Historie bei Facebook. Nicht irgendein Fake-Profil und das dann als Admin bei Facebook hinzufügen, ja, sondern wirklich ein Profil, was schon länger existiert, weil Facebook sonst wieder ungewöhnliche Aktivitäten feststellen könnte und du dann wieder Probleme bekommst. Erstelle am besten mehrere Werbekonten, ja, also du kannst in einem Business Manager mehrere Werbekonten erstellen und wenn eins davon dann gesperrt ist, dann kannst du das nächste nutzen. Du solltest aber natürlich auch schauen, dass, wenn eins gesperrt wird, du im ersten Schritt erstmal versuchst, dieses eine frei zu bekommen, als direkt jetzt irgendwie ein neues zu nutzen. Da solltest du dann erstmal schauen, okay, was ist hier schiefgelaufen, dann eine Überprüfung beantragen und dann da einfach abzuwarten. Ansonsten solltest du am besten noch deine Identität bei Facebook verifizieren, das heißt, du lädst dann da einfach deinen Ausweis hoch und dann weiß auch Facebook, dass du, also dass dein Profil von einer echten Person verwaltet wird und das sorgt auf jeden Fall nochmal für zusätzliches Vertrauen. Du kannst natürlich auch im Business Manager nochmal dein Unternehmen verifizieren, heißt, du lädst da deinen Gewerbeschein hoch, ja, dein Handelsregisterauszug und dann wird das Ganze auch nochmal verifiziert. Das sorgt auch nochmal für zusätzliches Vertrauen. Das sind so Sachen, die kannst du wunderbar machen, um quasi noch zusätzliches Vertrauen zu Facebook zu gewinnen. Ja, wie gesagt, die wichtigsten Punkte, die habe ich in dem Video schon mehrfach genannt. Schaue einfach, dass dir sowas erst recht gar nicht passiert. Manchmal kannst du das gar nicht verhindern. Ja, manchmal ist es dann vielleicht der Algorithmus, der dich sperrt. Du hast vielleicht gar nichts falsch gemacht, dann musst du einfach ruhig bleiben, weil in der Regel klärt sich das von selbst, indem du einfach nur eine Überprüfung beantragst, dann abwartest. Wie gesagt, es kann manchmal ein paar Tage dauern, ja, und dann wird dein Konto in der Regel auch entsperrt, wenn du keinen schwerwiegenden Verstoß begangen hast. Du solltest auf gar keinen Fall direkt irgendwie ein neues Konto erstellen, ja, oder einen neuen Businessmanager mit denselben Zahlungsinformationen, mit denselben Daten, mit demselben Onlineshop, weil dann wirst du sofort wieder gesperrt. Das dauert in der Regel nur wenige Stunden bis Tage, bis du dann wieder gesperrt wirst. Von daher, da solltest du aufpassen. Handle nicht irgendwie aus Emotionen und, ja, sei nicht zu voreilig. Ja, ich kenne das selber, man kann es dann vielleicht nicht abwarten, wieder Werbung zu schalten und dann will man irgendwie das Ganze lösen mit einem neuen Konto. Aber Facebook weiß ganz genau, was du machst, ja. Facebook sieht alles, ja. Also, wenn du zum Beispiel mit derselben IP-Adresse drin bist, mit derselben Zahlungsmethode, mit denselben Daten da irgendwas machst, dann sehen die das. Und dann wissen die ganz genau, hey, die Daten waren doch auch in einem gesperrten Konto und deswegen solltest du das auf gar keinen Fall machen, weil wenn dir sowas passiert, dann ist das schon ein schwerwiegender Verstoß und dann kriegst du dein Konto auf gar keinen Fall wieder mehr frei. Ja, wenn du deine Emotionen unter Kontrolle hast und einfach die Tipps, die ich dir in diesem Video gegeben habe, beachtest, dann sollte in der Regel immer alles gut laufen. Ja, wenn du diese ganzen Tipps beachtest, dann sollte in der Regel immer alles gut gehen. Wenn du die Meldung von Facebook bekommen hast, dass du final gesperrt wurdest, dann ist es wirklich sehr, sehr schwer, genau dieses Konto nochmal frei zu bekommen. Aber wenn du weitere Fragen zu dem Thema hast, dann kannst du mir gerne bei Instagram schreiben oder einfach in die Kommentare. Dann werde ich auf deine Frage eingehen und dir weiterhelfen. Wenn du ansonsten Unterstützung bei deinem E-Commerce-Business benötigst, dann kannst du gerne auf www.leimates.de gehen und dich für ein kostenloses Erstgespräch eintragen. Da suchst du dir einfach einen Termin aus und dann sprechen wir kurz und schauen, ob wir dir weiterhelfen können. Ansonsten bedanke ich mich, dass du bei diesem Video dabei warst. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.